Das Nachladen ist schrecklich. Fucking hell. Die Waffe würde ich schon gerne mitnehmen. Die kommen nicht da irgendwie von hinten ran. Könnte es möglich sein. Das ist ein schönes Shotgun. Was ist das? Das ist ein Geräusch. Wir brauchen den Boden. Was ist das? Scheiße. Das ist ein Geräusch. Das ist die Tür, oder? Es hat ein bisschen Horror-Vibes. Gerade. Alter. Den Morden hier einfach alles. Was denn in die Quere kommt. Scheiße. 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 Ich hab ein bisschen Angst vor dieser Tür, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Was die hier machen. Oh, Adrenalin. Nice. Von sicherlich. Nice. Jetzt sind wir wieder gut unterwegs. Das ist the kannst du nicht. Ich bin in der Koffie-Koff. Geh uns zum Tee. Fucking Brits. ... 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 Was ist mein Problem? Die Maske. Ich sehe das. Schau mal mein Gesicht. Negativ. Bist du dumm? Das ist ein Keeper. Bist du dumm? Oh man. Ich liebe ihn. Die Gespräche sind mega gut. Ich wollte gerade sagen, das hier sieht mir irgendwie ein bisschen aus, als ob es hier gleich ziemlich Action geben würde. Deswegen habe ich mir vielleicht gedacht, wäre es schlau, wenn wir C4 auslegen. Ich kann es ja nachher immer noch wieder aufheben. Weil es sieht mir echt so aus, als ob hier gleich eine Schießerei stattfinden wird. Was haben wir hier? Ähm. Shit. Locked. Ich muss den Kombo finden. Das sieht interessant. Okay, jetzt. 10. Oktober 2020. 20. Also 40. Äh. 1980. Und jetzt ist das Datum bestimmt 10. Oktober. Also 10. Oktober. 10. 10. 80. Die haben wahrscheinlich extra so ein Datum gewählt. Weil englisch und europäische Datumszahl anders ist. Oh nice. Und das Geld? Soap. Guess why folk? More stopping power. Check. Your life expectancy just went way up. Nimm doch das Geld noch mit. Hier willst du eh niemand mehr haben. Oh, sehr nice. Ich muss da gleich runter. Oh, das wird Action geben hier. Ich seh das. Ja. Du auch. Check out that warehouse. Guy's got no gun. He won't get far. 9141. Still dangerous. Go left. I'll clear the alley. Roger. Ani. You here? Not too late. Johnny. Town's full of tunnels. One leads out across from the church. Be advised. The tunnel is flooded. Prepare for a cold swim. Can't wait. Where do you fucking go? Shit. Tiran. Nimm mich so nah! Ja, das war... Leider... In dieser Position hier... ...unmöglich... ...dass mich hier niemand... ...bindet... ...möglich... 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 ...sie... 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 ...möglich... 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 ...e unlimited... ...i... ...cubert... ...in... ...d постав-se... ...ha... ... ... ... Was? Cocktail? Wird eigentlich schön, aber... Oh ne, wieder sowas. Okay, da war ein Laptop. 10, 10, 80, 37, 60, 80. 37, 60, 80. Das ist der Code für hier. 37. 60. 80. Perfekt. Oh, shit. Ein Crossbow. Wie viel Schloß hat der? Ein Bogen. Das ist gar nichts. Was bringt mir denn bitte ein Bogen? Eigentlich würde ich ihn gerne ausprobieren, aber... Aber eben. Ein Bogen bringt mir halt absolut gar nichts. Alter... So, wahrscheinlich werden noch mehr Bogen kommen. Das ist gar nicht. Nein, nicht mehr. Aber das ist gar nicht. Ich habe immer noch mehr Bogen. Ein Bogen. Aber das ist gar nicht so... Das ist gar nicht so großartig. Donnie. Das ist gar nicht so großartig. Das ist gar nicht so großartig. Ich finde das vor der Kirche. L.T., ich bin bei der Bar. Du möchtest Tequila? Ich könnte einen benutzen, jetzt. Ich würde ein Whisky für ein Whisky. Du meinst Scotch? Ich nehme Bourbon. Wie ein guter Mann. Ich liebe Kentucky. Du bist aus, L.T. Du bist aus, L.T. Jetzt gehen wir mal auf. Das hört sich ziemlich nah an. Du bist aus, L.T. Ich weiß da nicht, ob ich das eigentlich als brauche, aber ich habe immer noch bloß einen einzigen Pfeil, so bold. Ich kann da hochgehen und dann Molotovs runter schmeißen. Ich kann da hochgehen, aber ich kann da hochgehen. Ich werde das nehmen. Geh dir mal kurz hier. Okay. Will ich das diskieren? Eigentlich schon oder. Ich habe keine Kasselte. Ich habe keine Kasselte. Ich habe keine Kasselte. Ist noch irgendjemand hier? Ja. Aber wo? Ich muss sowieso da lang, von daher. Scheche hier unten. Ich bin unten. Schnell und heimlich. Ja. Doch, doch, ich steh noch. Ich habe einen für dich. Das war aber gar nicht so schlecht. Why don't shrimp share? They're a bit selfish. Shellfish. Natürlich, shellfish. Man muss es schon richtig erzählen, sonst... What the fuck? Hier könnten jetzt wieder Gegner sein. Ich zähle. Was hier zu sehen. Und sie wissen, dass die jetzt genau das gleiche wieder machen. Ich meine, das Dorf hier oder die Stadt ist ziemlich leer. Zumindest jetzt gerade. Ich mache mal zur Sicherheit noch ein Pride Tool. Falls wir das vielleicht brauchen würden. Nochmal so eine Mine. Ich breite mich kurz etwas vor. Okay, vier Minen, drei Mordhofs und eine Smokebone. Holy shit. Okay. 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 Das war schlicht. Armored enemies take less bullet damage.